die Erlehrer in Bommasen und Tagsliebenden und willkommen zu einer neuen Folge von SG zusammen mit Prozent Jona Plays Hallo Jona das ist der Newcomer auf YouTube das ist der beste Mann der Welt jetzt hat man heute mit dem zusammen wir haben die Ehre mit seinen 26 Abonnenten oder wie viele er hat 30 über drei Euro Scheiße mitfiebern zu dürfen ja meine Aufnahme die verkauft sich im ersten ganz viel Geld vorallem auch wer wo bist du ich bin hier oben und hat gerade allen geilen Kissen die sein er auch auch ich möchte müssen ich bin schon ich steckt A oft war 2008 im Job sie nicht tötig nein fülle 3 im check-out für die Aufnahmen Prozent vor allem die so ein Render für die Aufnahme ich brauche den Staffel die Aufnahme er ein bisschen hacken für die Aufnahme was soll denn gesehen haben er was dann ja ja die dürfen das nicht gehört haben wir in die die werden dies es sind aber meine Kriegsleppel es ist eine Lieblingsleppis ja vielleicht kommt jetzt gleich auch noch eine Aufnahme mit dem Waif Paule im Dreierteam Mause und ja ihr seht schon wir sind zwei geile oh ich habe einen Steckkartoffeln willst du das haben hier guck mal ich will keine Kartoffeln gib mir was anderes ich bin Vegetarier danke du bekommst Kartoffeln will ich nicht ich bin Vegetarier allgemein Bildung 100 und verabschiedet wird die wieder dauernd gründen und er ist ja vor allem du bist der dauernd zu hallo ich bin johann sagen kannst hallo ich bin johann und ich bin eine Bede die Leute haben die so gute Runden wenn ich normal dass ich bin dass ich bitte einmal den Kiel bitte oder er die weg das ist ein bisschen weg ab dem 1 ja okay mach einfach weiter 0 kills die und wie flachst du so klär mich mal auf 5 4 6 alter ja der jetzt beginnt gewünschte locker johannes war das für ein gemäzelt ich hab dich ausversehen dreimal geschlagen oder zweimal auf jeden fall war das eine der geilsten runden die ich hier in meinem leben hatte ha 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 liegt wohl daran dass ich dabei war ich hab drei eisen was soll ich damit anfangen bau dir die sind alle drei richtig anders decken die töten sich gerade die etwa ihren eisenschwert schon mal daran gedacht ist das nicht aus der mode du bist aus der mode ooooh shit aber du weißt ja was ich von eisenschwert leuten halte alle randys die können nicht mit holzschwert gewinnen ok die das ist eines im team du musst sagen challenge accepted dann gibt's jetzt im definitiv mit einem holzschwert challenge accepted ich kämpfe mit dem weisen spurt und nicht mit dem tier ich glaube das ein dreierteam kann man sagen nein und hier ist kein tier spät und der eine hat keine hose der andere ffa der randy schreibt ffa und geht an den crafting table während ich hinter ihm stehe das sind team nice ja komm da macht zwei team takeout wie ich in meiner aufnahme ok wenn ich es nicht schaffe bin ich geil als ob du den nicht kriegst der eine ist hat gar keine rüstung was hey lass dich doch nicht so downgraden du musst offensiv oh du verlierst eh ich verliere tschüss ich bin down juckt mich nicht ich bin so schlecht alter ich hab zwei wochen nicht gezockt gg tschüss juckt mich nicht soll ich die aufnahme nehmen ja hahaha wie viele kills hast du? 7 kills ja guck ja guck alter das noch einmal probieren aufzunehmen wenn die nicht so gut wird ich nehm die glaube ich ja ok tschüss abo like jona plays abonnieren aber mich noch viel mehr tschau hi leute wir haben jetzt in einer runde von 3 minuten bis jetzt hast du wer noch nen stick what the fuck please ja hast du nen stick das ist sein hat wer nen stick alter ja ja hä nein das war ein dia schwert jan hat das dia schwert nein ach man ich wollte das dia schwert ey nein gib das jan denn voss gibt das jan denn sonst ok ok voss voss ist schlechter als ich voss braucht das wenn ihr noch helme braucht die sind gold helme ne ich hab ein gold voss braucht voss dein helm voss dein helm ich hab doch nen leder helm junge ne ja das gibt ein gold ne das ist genauso gut wie gold ne das ist genauso gut wie gold ja angeben mit ria team in meinem team auf wir sind wir sind wir sind wir sind krasse nein wir sagen krasse wir sind cool wir sind krasse gangster kräuter kostet direkt krab aus merke ich der mc donald ich ich auf nein alter macht sich wieder weg max hallo ich ich bin noch da ja nie guten tag ey Leute komm lass mal ein paar Leute recken ey Junge mach das nicht grad 6 mal mit dem Diasch weggeschlagen lass mal so richtig ey ich schrack dich mit ner auf den Kartoff komm wir gehen die recken da ist noch jemand komm ihr Idioten wir töten euch da ist jemand ihr Bitches traut euch wollt ihr auf die Schnauze dieser Dreier Team easy ey alter hinter euch hinter euch ich komme wagt auf mich nein ruhig Junge sie sind einfach noch schlechter als wir mach gehts Wasser du Mistel hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn ich hab anderthalb Herzen alter ah Jan lass mal bitte lass mal bitte das ist immer so wenn einer einen reckt oder wenn einer einen so der kommt wieder zurück da kommt einer da kommt einer ok ich reck den hab ihn gib mir das Eisenschwert da war kein Eisenschwert nein ich hab das nicht das ist im TNT weggegangen oh Junge ich schwör aber ich kann mir neues machen tschüss ich schwör wie viel ey crafting alter Jan du vorst schreib einfach in die Runde zwei Diaschwerter und ein Eisenschwert in einer Runde gecraftet guck mal wie wir sie gerackt haben einfach ey Neckkopf sind Eisenschwert nein nein schreib das in deinen Video Titeln an und dahinter ist G-Montage ja wir sind cool und wir sind fly und wir sind fresh wir sind fast so cool wie Moneyboy fast so cool Moneyboy ist der beste Rapper der kann ganz ganz voll schnell mit seinen Stotter einlagen ist das cool das ist dart cool zu sagen dass Moneyboy ist jetzt voll im swag style ich betone was oh blabber nicht falle hi falle hahaha witzig du holst voll witzig wir haben die Runde fast gerackt vor allem wenn du gestorben wärst ey wir haben die Runde fast gerackt ey Janni spring mal in das Loch hier äh was für nen Stick ich hab dir doch vorhin einen gegeben den hab ich für Stilerschwerter benutzt Janni komm mal kurz Jan hast du ein Stick ich hab Eisenschuhe weil ich Maschine bin n n n hast du ein Stick nein ich hab Eisenschuhe ey mal guck mal wer da vom Baum kommt ui ui der Baummensch ich schwör der ist super cool ui guck mal da guck mal da ist es Junge da soll ich schlafen weil ich Maschine bin jaaa Jan gib mir mal bitte meine Angel komm wir tauschen ey mein Angel ist kaputt Kawasaki ok kann meine Angel ist nur noch besser als deine gib mal n ich tausche nicht hare max boule hey rag willst du denn nochmal richtig schorlen heißt lasst du dritt einfach mit range die ganze zeit ETC kaputt ich habe nichts mehr was zu essen ich habe nur 1 und das ist voll weil ich alles zusammengekraftet ab weil ich maschine bin wusstest du dass die ganze zeit anzünden okay es wird sich nicht in die lava vor ich falle ich bin in lava gefallen also er ist reingelaufen vor ihm ist motto von pitch tnt er will doch wohl stress oder von uns der beste spieler den ich habe gesehen hat er ist gut wie jetzt hier ist das geht gar nicht er hat bestimmt auch die man in der mitteilung wert habe ich schon mag ich ja schwerter er kommt wir töten ihn nur durch feuerzeuge wir haben drei vier drei die erschwerter sind wir cool oder cool die treppe vor ihm an aber ich glaube er hat mich nein ich habe ihn angezündet ich habe noch zwei in am herzen warte ich kann die er kommt mir zu nahe der alte peter na du bitch komm her warte ich geh mal hinter ihn du assi wie von der anderen Seite ich lenke ihn ab lenke ihn ab komm her du assi what the fuck bitch move bitch get out the way get out the way boom bitch get out the way alter wenn der uns jetzt mach es einfach so richtig bitter man weißt was er gemacht hat der hat sich einfach der hat sich einfach alter nee der hat mich im fliegen getroffen und mich zurückgeschickt aber kannst du da mit holen wollen hab doch ja ne ist unwitzig komm wir holen ihn in die cobwebs und dann holen wir 1 denn es ist dann es ist dann und dann und dann und dann und dann und dann aber nicht gern er läuft es ein Kuchen für dich ist hier wieder dieser razzal puff der aus meiner conquest folge razzal puff hey alter dass das ist ein video für die zukunft da habe ich die schon noch alter razzal puff ist in meiner runde okay ja nicht ich wusste es ganz schön stark irgendwie das ist voll unwitzig tötet ihn einfach ab ihn ja 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 ich hab zwei dias lasst ja lasst das lasst das jan ein k eingegeben kommt bei mir bitte acht auf deine wortwahl ah ah lol voll gemein voll gemein alter was war das für die geilste runde einfach des jahres max ist so weiter weiß was weiß wie ich das mache ich mache das dann so so da kommt dann so musik und wenn ihr gerade so kämpft ich habe das gerade so cool aufgenommen da kommt ja so musik so im f1 modus wo dann dein hotbar nicht angezeigt wird ja genau so na klar alter die ganze runde muss drin sein die weiß schon geil aber wie wir drei diaschwerter und sonst noch was gemacht haben man die erschwerter und eisen aah und guck mal wer hinter dir ist wo bist du bist du gegangen razzalpuff razzalpuff